Nach gesundheitlichen Schwierigkeiten und Trennungsgerüchten scheint in das Fürstentum Monaco nun wieder das Glück eingezogen zu sein. Jacques und Gabriela haben ihre Mama Charlene wieder bei sich. Und als gemeinsamen Familienausflug geht es ab zum Grand Prix. Die Zweifachmama und ihre kleine Prinzessin begeistern mit eleganten Outfits. Die Fürstin sieht in ihrem pastellfarbenen Jumpsuit einfach umwerfend aus. Während die 44-Jährige einen Strauß Blumen in der Hand hält, trägt Gabriela sie auf ihrem Kleid. Liebevoll hält sich das Mutter-Tochter-Gespann an den Händen. Die süße Prinzessin legt mit ihrem Sommerkleidchen und der coolen Sonnenbrille den wohl lässigsten Auftritt bei dem Formel-1-Rennen hin. Aber was machen eigentlich Papa Albert und Zwillingsbruder Jacques? Die beiden Herren haben es sich in einem Flitzer mit Flügeltüren gemütlich gemacht. Und der 7-Jährige demonstriert mit lässiger Pose, gekonntem Gesichtsausdruck und einer stylischen Sonnenbrille, dass er seiner Schwester in Sachen Coolness auf jeden Fall das Wasser reichen kann.